Zuletzt, bei Lego Star Wars, die Skango-Kazaga. Der Kanzler wurde entführt. Anakin und Obi-Wan machten sich auf, um diesen zu befreien. Dabei stießen sie aber auf Count Dooku, der dies verhindern will. Daraufhin entstand ein Kampf, wobei Anakin gewann und auf Befehl des Kanzlers Dooku hinrichtete. Dadurch, dass Krevis auch auf der Invisible Hand ist, versuchten sie ihn auch noch dingfest zu machen. Dies gelang aber nicht und Krevis konnte somit fliehen. Mit der Erlaubnis des Rates konnte Obi-Wan nun auch Krevis weiterhin suchen und hatte ihn auf dem Planeten Utapau dingfest gemacht. Als der Krevis gegenüber stand, entbrannte auch sofort ein Kampf. Diesen konnte Obi-Wan für sich entscheiden und tötete somit Krevis. Währenddessen plaudete Anakin mit Palpatine. Während des Gesprächs fiel Anakin auf das Palpatine, das Silphur ist, den sie suchen. Daraufhin meldet er es sofort, Mace Windu. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf dem Kanal. Legos aus Kabukazaka. Ich würde sagen, wir gehen nicht lang um den heißen Brei. Dann gerne ab ins Video. Meister Windu, ihr steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Noch nicht. Ich werde das beenden. Ein für allemal. Nein. 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 Ich habe die Macht, um deine Liebe zu retten. Koche ihn. Was habe ich getan? Lerne, die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Von nun an wirst du bekannt sein als Darth Vader. Eine große Veränderung der Macht, ich gespürt habe. Teufel, weiter nach Kaschik, wir müssen. Uns aufhalten, diese Droiden werden nicht. Aufhalten, diese Droiden haben wir ein. Ich bin ein Wunscher. Ich werde dich nehmen. Ich bin da, ich dir nicht. Aber da sind. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. wenn wir gerne sofort machen wenn ich alle wuchs ich wurde dann gerne er wird er ich habe ernsthaft den weg geschleudert hey habe ich einen befreit ja 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 die zeit ist gekommen für die order 67 sich aus ja man los nicht 67 66 66 und man lasst noch den spaß sehr große gefahr ab jetzt sind die klone nicht bei unser freund ist auch mal ganz anderer weg der macht wo macht das ja das sollte nicht so sein das ist das den runter geschleudert habe hat nun und wir kämpfen zusammen ja mann Seid du? Wilhelm Stoi! Ich kenne ihn! So! So! I have a great time! I have a great time! Let's go! So! Oder hat er ein Spaß... Hier natürlich, jo! Dann kommt noch 2 Missionen! Und dann haben wir auch. Also... Let's go! ok das war hat er kommt damit mal schauen wie wir jetzt so hinstellen um zu bauen hamburg anderen weg bauen aber lohnt sich das jetzt nicht hey wir sind aber sehr schnell gestoppt am kollege aus dem ding mit dir wir waren da haben wir noch ein wenig dass du noch da wirst oder was eine können wir uns hier noch nehme ich das man verlassen soll so ist und wir haben uns das alles gut und wir haben es auch mal so wir haben uns das so wir haben uns das wir haben uns das Wie viele der Jedi haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem, wir haben. Hallo? Eine Antwort erwünscht, sie wäre. Wenn diese Sache nicht ankommt, zurückrufen sie. Leer der Jedi-Tempel ist. Besorgt ich nun bin. Vernichten die Sith. Wir müssen. Das hast du gut gemacht, mein neuer Schler. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan, dann entfinden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Kommt, dem Imperator einen Besuch, wir abstatten müssen. Ja, das auf jeden Fall. Meister Jedi. Ich habe vernommen einen neuen Schüler gehabt, Imperator. Oder sollte ich euch lieber? Darf City es nennen. Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Oh, das ist ein Pass. Das ist ein Pass. eine verbindung zur dunklen zeiten da man denkung da hätten sie nicht verstehen müssen dann kann das gut aus ja nicht mehr was bin ich jetzt noch versteckt ja was dann bekehr vom kompon lb vom herrmann süß die ja gut wenn wir den du bist auch du bist ein deutschmeister das ist immer noch ich bin am sky oder mehr leben jemals haben mit der helfe ja ja warum geht es selbst so schnell und hat mich über seiner mitte aber so schnell nicht besiegen pfg gibt es schon ein bauch oder weh es muss einen weg geben an den ranz so kommt jetzt auch mir die mini clip gewesen wäre die gesamte technik im senat eingebaut nur für den fall dass das schlimmste passiert ich glaube das ist das schlimmste eigentlich nicht mich unterstoßen wie jetzt eingemacht die wahre macht der dunklen seite ah kommen was noch ein leben mehr gehabt was willst du noch ja was hat er so gekommen ist auch jannik kommen zurück ja will ich hoffen wenn jemand weiß wo er ist dann packen wir müssen schnell sein so und das war es an der stelle mit dem video wenn es gefallen hat dass wir gerne ein lecker oder und ich würde sagen wir sind natürlich wenn er mal wieder ist und im nächsten video aus rein und